Glückliche Gewinner. Galeria Kaufhof, Frankfurt Hauptwache, das Schlosshotel Kronberg sowie Rhein-Main-TV und das Rhein-Main-TV-Fernsehmagazin haben die Preise des Gourmet-TV-Gewinnspiels überreicht. Die Kochshow mit Küchenchef Oliver Preding lief im vergangenen Jahr 26 Wochen auf Rhein-Main-TV. Wir wollten mit dieser Kooperation einfach zeigen, dass man mit unseren Produkten auf Weltstadtniveau kochen kann, dass auch Herr Preding aus dem Schlosshotel Kronberg diese Produkte verwendet und wir wollten den Kunden natürlich auch unterhalten, aber auch so an die hochwertigen Produkte mit besonders toller Qualität heranführen. 26 Gewinner erhielten 13 Geschenkkörbe aus der Gourmet-Abteilung von Galeria Kaufhof und 13 Gutscheine für ein Dreigang-Verwöhnmenü im Schlosshotel Kronberg. Zuschauerin Doris Becker freut sich. Ich habe die Kochsendungen gern geguckt und die waren sehr leicht auch nachzukochen und freue mich, dass ich jetzt gewonnen habe und wenn mein Mann brav ist, darf er mit ins Schlosshotel Kronberg zum Essen. Die Rezepte und alle Folgen von Galeria Gourmet TV gibt es im Internet unter www.rheinmeintv.de